Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den Donnerstag, den 3. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 365 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. WhatsApp-Gründer, F8AI, Facebook-Tinder, Instastory, Windows Defender, Launcher, Gartenleuchten, WhiteThings und Sirup. Nochmals herzlichen Dank an alle, die mir gestern zugeschrieben haben über diverse Möglichkeiten, die das Internet so bietet. Ja, es ging einfach nicht. Deshalb, leider musste ich ausfallen lassen. Jetzt geht es aber weiter und wie ich versprochen habe via Twitter, ich werde irgendeinen Samstag die Folge noch nachholen. Sprich, ihr werdet nicht weniger Content bekommen deshalb. Der WhatsApp-Gründer, Jan Koum, wenn ich ihn richtig ausspreche, der will ja oder der verlässt jetzt auf Facebook und zwar nicht im Guten, sondern im Krach. Anscheinend soll er und Zuckerberg nicht mehr die gleichen Ansichten zum Thema Datenschutz, Nutzer, Verschlüsselung, Nachrichten und Werbung. Er war ja derjenige, der damals versprochen hat, mit der Integration von WhatsApp in Facebook, dass es keine Werbung geben soll in WhatsApp und vor allem, dass die Daten nicht mit Facebook gemischt werden. Und beides ist in letzter Zeit ja irgendwie ein bisschen immer mehr passiert. Und deshalb geht der junge Herr jetzt sicherlich kein falscher und vor allem konsequenter Schritt, denn ja, man steht ja eigentlich zu seinem Wort. Und ja, auch wenn da einige Milliarden im Spiel gewesen sind. Facebook hat an der F8 vieles gezeigt. Der eine oder andere kann das verfolgen. Wer möchte, ein Kollege von mir, der at Swisky auf Twitter, Kevin Kiburz, ist an der Google-Messe, genau, an der Facebook-Messe mit dabei und macht auf Twitter seinem Account immer wieder mal ein paar Posts, um was es da geht. Und was mir aufgefallen ist, vor allem sehr stark im Bereich AI. Da tut sich extrem viel bei Facebook im Hintergrund und ist schon unglaublich, was da eben möglich ist heutzutage. Aber wie gesagt, mehr dazu verfolgt am besten ihn via Twitter. Dann einige der Neuigkeiten, was sonst noch rausgefallen ist, ist zum Beispiel Facebook-Dating. Ihr kennt sicherlich Tinder, das basiert ja auf Daten von Facebook. Und Facebook hat jetzt einfach mal sowas selber zusammengeschraubt und bietet euch die Möglichkeit, euch zu daten mit Singles aus eurer Umgebung, an Events, die ihr seid, etc. Wer möchte, soll sich da im Internet mal schlau machen. daily.geekdog.ca, wir haben einen Link dazu. Bei WhatsApp soll es Gruppenanrufe in Form von Video geben, bei eben Gruppen, WhatsApp-Gruppen drin. Und bei Instagram soll ein Video-Chat mit dazukommen. Also somit wurden die ganzen Dienste mehr und mehr aufgebohrt. Zu letzterem Instagram-Stories, da sogar noch viel mehr, denn da gibt es jetzt mehr externen Inhalte, den ihr reinbinden könnt. Ihr könnt neu Spotify-Geschichten direkt und einfacher in eure Insta-Story reinscharen. Ihr könnt Musical.ly Dinge in eure Instagram-Story reinscharen. Es wird sogar in Zukunft möglich sein, GoPro-Aufnahmen direkt da reinzubekommen. Also da tut sich einiges und das sieht man ja auch. Die Instagram-Stories werden sehr, sehr fleissig genutzt. Es fehlt dann nur noch, dass Facebook respektive Instagram dann auch eine Spectacles-Brille bringt. Oder sowas ähnliches. Dann, vor wenigen Wochen hat Windows den Windows Defender in OneDrive integriert. Das heisst, wenn ihr einen Ransomware-Angriff oder besser gesagt, wenn ihr eine Attacke bekommt auf eurer OneDrive direkt online, habt ihr die Möglichkeit, da auf gewisse Daten zurückzugehen. Also es gibt quasi ein Backup online von eurer OneDrive. Neu ist es jetzt so mit dem neuen Windows, was ihr euch runterladen könnt, dass Microsoft es so machen wird, dass wenn sie auf dem Windows, also auf dem Desktop-Betriebssystem etwas entdecken, meldet das automatisch der Desktop OneDrive und da könnt ihr dann das gleich andocken und die Daten zurückspielen. Weil solche Dinge passieren ja im Hintergrund und sind natürlich dann auch schnell in der Cloud drin. Also wirklich konsequent und schön umgesetzt von Microsoft. Konsequent und schön umgesetzt ist auch der Launcher für Android. Microsoft Launcher ist das Ding auf das, was ich bei all meinen Androiden setze, bei fast allen. und die bringen jetzt mit der neuesten 4.9.0-Version eine neue Funktion, die sich Beta nennt. Neu können sich mutige Leute auch an Beta-Geschichten beteiligen und schon Funktionen, die eventuell in der nächsten Version dann offiziell in den Launch kommen, vorab testen. Welche das sind, wir haben es verlinkt bei uns in den Shownotes. Auf dem lebensmart.ch-Blog habe ich zu Ende, Anfang des Jahres, nee, Märzen war das genau, über die Outdoor-Lampen von Philips Hue berichtet, die in diesem Jahr noch kommen werden. Und es ist jetzt soweit. Einen Artikel haben wir verlinkt auf dem lebensmart.ch-Blog. Die Lampen oder die Outdoor-Lampen, die könnt ihr jetzt vorbestellen. Ausgeliefert werden sie dann eben gegen Sommer. Toll, da freuen wir uns doch drauf. Nokia hat vor circa zwei Jahren White-Things gekauft. Die Wearables- und Fitness-Gadget-Hersteller. Und jetzt schaut es ganz so aus. Wir haben es ja schon in den letzten Wochen immer wieder mal gehabt, dass es da Übernahmekandidaten wie Google und andere geben. Täter, die sich da drum tun werden. Es schaut aber ganz so aus, als ob das White-Things zurückgeht zum ehemaligen Chef oder zum Gründer von White-Things. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und vor allem spannend, im letzten Sommer haben sie ja das Rebranding gemacht. Das Ganze ist ja nachher in Nokia aufgegangen, in die Nokia Wearables. Und da muss man jetzt natürlich wieder zurückbranden. Zum Glück ist nur einzig und allein, ich glaube, war es eine Waage, die schlussendlich, genau, die Nokia, nein, Schlafsensor war es, ein Nokia Sleep, der den neuen Namen getragen hat. Somit würde das Rebranden nicht ganz so auffällig sein. Zu guter Letzt geht es um Syrup. Nicht um den, den ihr trinken könnt, sondern die Online-Plattform für den Schweizer Markt. Quasi so ein Amazon für die Schweiz, was vor eins, zwei, drei, vier Jahren von Swisscom und Coop unter anderem gegründet wurden. Und auch fleissig gepusht wurde, es wurde Werbung gemacht und Millionen wahrscheinlich darin verbraten an Werbung. Sagen wir, Hunderttausende darin verbraten an Werbung, etc. Und ja, das Ganze geht jetzt definitiv ein. Sprich, Coop hat ja das komplett übernommen, die Swisscom-Anteile an die, an Swisscom verkauft, oder weggekauft, besser gesagt. Und jetzt ist auch klar, was damit passiert. Bis Ende Jahr wird es wie Syrup so noch bleiben, aber alles drumherum geht auf in Microspot, die Online-Plattform für den technischen Bereich im Hause Coop. Schade für die Mühe und vor allem für die verbratene Marketing-Geschichte. Aber zumindest soll es so sein, dass niemand seinen Job verlieren wird, denn die Mitarbeiter gehen alle in Coop, Swisscom oder eben in Microspot unter anscheinend. Das ist zumindest schon mal etwas Positives. Das waren die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich wünsche euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag und ja, wenn ihr mögt, wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.